Kinder, Kinder, es steht gerade, ich hab jetzt das On-Ear, Er, On-Ear, On-Ear, Er, da hab ich nicht eingeblendet, ich weiß nicht, ob das nicht jetzt schon zu spät gekommen ist. Endlich, der Maskenpflicht kommt für ganz Deutschland, da haben sie sich auch verschrieben, das ist ein Artikel von Gmx, aber ich glaub nicht, dass die uns jetzt hier erwaschen wollen, also da geht's natürlich drüber im Hauptfilm, könnt ihr dann gucken, bei VK Bitchute und die den Trailer, da bei Weltnews.tv aufgerufen haben, ihr wisstet ja, wieder kopieren, in der Browserzeile einfügen und ab geht es, wenn es nicht jetzt schon zu spät ist damit, um himmelsheiligen Willen, Kinder.